hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu einem neuen filmchen von mir ich habe heute kein rezept für euch und zwar ich wünsche euch erstmal ein frohes neues jahr mir ging es leider nicht so gut deswegen habt ihr die letzten tage nichts von mir gehört aber ich habe gedacht ich möchte mein kurzes video noch drehen bevor ihr die nächsten tage filmchen von mir bekommt die ich schon vorher fertig gemacht hat für euch und zwar ist es ein anliegen und zwar hat pamperchef diesen monat richtig tolle angebote für euch und zwar ist der große ofenmeister im angebot dass dieser hier bei mir ist er noch in rot es gibt ihn aber natürlich in grau der kostet normalerweise 118 euro und ist für 99 euro 99 im angebot ihr könnt ihn für so viele sachen verwenden ich zum beispiel macht da super gerne natürlich brote drin natürlich kann man ihn auch für spargel benutzen wirklich klasse ist er auch für rouladen oder gulasch also ist so vielseitig es ist ein super tolles produkt das ist die farbe wie er normalerweise ist das ist bei mir jetzt die lili dann gibt es natürlich unser brotmesser das brotmesser muss ich mal kurz schauen also das kostet normalerweise 25 euro 90 das ist im angebot diesen monat für 19 euro 99 dann haben wir unsere wirklich beliebte backmatte das ist diese hier die kostet normalerweise 45 euro 90 die ist diesen monat im angebot für 35 euro 99 die kann man ohne probleme also bei mir liegt die wirklich so im schrank und wenn ich die hinlege ist die wirklich hervorragend wieder glatt da gibt es überhaupt keine probleme wenn ihr den ofenmeister oder egal welches ton wer da drauf stellt und sie irgendwie verrutschen wollte oder so es geht überhaupt nicht weil ich kann euch das gerne mal zeigen also wenn ich die hinlege wie ihr sehen könnt sie funktioniert hervorragend in dem sie liegt und ich mache dann so ja mein deckel bewegt sich aber mein topf an sich bewegt sich überhaupt nicht dann gibt es diesen monat auch den zauberkasten noch im angebot der kostet normalerweise 44 euro 50 der ist jetzt im angebot für 34 9 den habe ich leider für euch nicht da den kann ich euch nicht zeigen weil der ausgeliehen ist gerade an eine kundin unten in der infobox findet ihr alle informationen dazu also ich habe meinen shop da verlinkt und ich habe natürlich auch meine homepage wo ihr natürlich die angebote findet und wenn ihr irgendwelche fragen habt schreibt sie gerne entweder unten in die kommentare oder schreibt mich auch gerne bei facebook an ihr findet alle weiteren kontakt daten natürlich unten und dann wünsche ich euch noch einen schönen tag oder abend je nachdem wann das video schaut und ich sag mal bis zum nächsten mal mit einem wieder tollen rezept von mir bis dann tschüss und ich sage noch ein paar Grünen alles Vielen Dank.